Folgendes Programm ist für Zuseher unter 16 Jahren nicht geeignet. Sag mal, verfolgt's Meus, oder was? Schau, da kann man dir mit Sascha tun. Der ist in der Küche. Komm, geh mal. Herr Horvath? Herr Horvath? Herr Horvath? Wow! Hier sei ich nicht mehr bebracht, oder? Der Schneeschuch in der Sahara kann schlecht sein. Das ist der Horvath. Kein Horvath. Kein Bock auf Windwurst. Ein Durst für Wünfe und mit Weiber. Da geht's ihm ganz schön los. Im großen Ganzen ist er ganz schlecht. Und... Das ist der Horvath. Herr Horvath, wie geht's Ihnen in einen neuen Shop? Was muss man? Geh, da schau. Hä, so tut's. Mit dem Bier hab ich nicht da. Scheiße. Gibt's ja noch Schnaps? Ich hoffe so was nicht. Ist halt eine Freizeit. Herr Horvath. Herr Horvath. Herr Horvath. Herr Horvath. Herr Horvath. Haben Sie schon Erfahrungen im Bereich Küche sammeln können? Herr Horvath. Herr Horvath. Der ist etwas zu veressen. Schau! Ha, schau! Kuchen ist da. Ich hab' ja fast noch was gegessen. Wir haben Hunger. Hahahaha! Vom Tellerwäscher zum Millionärs! Haben Sie schon mal Schnitzel paniert? Nein, ich hab noch gar nichts mehr nicht. Aber ich hab der Mutter immer zugeschaut. Einmal im Jahr haben wir einen Schlüssel gekriegt. Da war nix drin, sonst haben wir immer Null mit Ketchup und so Blödsinn zu fressen gekriegt. Und einmal, weiß ich, hat der Vater mit dem Klausi. Das ist mein großer Bruder, der Klausi. Weiß ich gar nicht mehr, ob der noch lebt, hab ich keinen Kontakt mehr mit dem Trottel. Hat er einen Zuhn auf ihm gehabt, hat er ihn im Fritter reingekaut mit dem Gesicht. Eh noch ganz kurz, weil er frech war. Er hat ausgeschaut. Bist du deppert, wie so ein Eintricker, komplett hins Gesicht. Und auch nix mehr gekriegt, aber ja. Okay, mach ich gleich so. Backe, backe, Kuchen, back up. Kuchen, immer Kuchen machen. Das ist ein Brötzli, die Kuchen machen. Kuchen, meine Schnitzel bei mir. Das ist toll. Was ist denn das für ein Fleisch? Das ist ja billig. Das ist ja Wahnsinn. Das ist keine Qualität nicht. Hilfen die Arschficker. Daheim, gell. Da war der Onkel Matschuka. Matschuka, sag ich. Matschuka-Onkel war da. Und der hat der Mama damals geholfen. Der war aber noch ein Gesoffen, der Fuldrottl vom Feuerwehrheirchen. Und hat seinen Finger geschnitten, war so fett. Der hat es gar nicht mitgekriegt. Hat er die Finger rausgepaniert. Und ich hab ihn zum Fressen gekriegt. Ich glaub, das sind Hühnernagets oder was. Bist du deppert, der hat den Fingernagel, boah. Nein. Herr Horvath, dürfen wir fragen, wie viel sie da jetzt verdienen? Weiß ich nicht. Muss ich eh noch gern. So bei den Turnhauts, die Ocken zugestanden. Also haben Sie da nix vereinbart? Nein, hab ich noch nix. Ich geh ja noch heute bis deppert. Ich bin ja schon wieder weg. Ich muss ja mal da mit meinem Level machen. Das sieht man ja nicht. Das ist ja leug, gell. Und fertig ist oder was, wenn sie unschwingt. Wie wir, wenn wir gesaufen sind, sind wir auch fertig, wenn wir umschwimmen, oder? Hahaha. Sehr leug, und doch. Ja. Der will langsam was. Ja. Du musst dir zu, weil du kriegst ja nix oder was. Nein, geht schon. Das haben wir früher zum Fressen gekriegt. Aber sind Sie glücklich darüber, dass es Ihnen heute besser geht als früher, als in Ihrer Kindheit? Ja. Wo ist so? Wir haben so Spaß gehabt. Außer dem, wo geht es mir heute besser? Das ist ja noch immer so'n schönes Dreck. Zollt ja nix, der Irwin. Muss ich mit den Level schauen. Wie du war so der Eintracht, der Dumme? Mhm. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Schiefer. Das ist ja schon fertig. Mhm. Sind Sie glücklich, dass es Ihnen besser geht? Hä? Ja, das ist ja. Ja, das ist ja so. Ich muss mal drauf riefen. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Ja. Geh. Erwin. Na ja. Geh. 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 Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ein paar haben wir angesagt. Und vielleicht 10 Jahre oder unter 20 Jahre. Die haben es nicht gewollt. Das Lokal wirkt sehr rustikal, sehr geschichtsträchtig. In welcher Generation führen Sie den Betrieb? Ich weiß nicht mehr. Was ist? Ja. War vor einem Jahr schon jemand da? Ja, Ihr Vater und Ihr Großvater. Die haben es ja auch lange nicht mehr gerechnet. Das sind also Jahrzehnte nicht mehr im Leben. Ja, und wieso sagt mich das keiner? Was erwarten Sie Ihnen vom Herrn Horvath heute? Von wem? Von Herrn Horvath. Ihr neuer Mitarbeiter. Ach so, ja. Das ist so ein uriger Kerl. Ich habe schon zwei Schnaps miteinander getrunken, der passt. Also haben Sie ein gutes Gefühl? Mit was? Mit dem Herrn Horvath. Wer ist das? Mit Ihrem neuer Mitarbeiter. Ach so, der, ja, das ist so ein uriger Kerl. Ich habe schon zwei Schnaps miteinander getrunken, der passt. Was ist, haben Sie keine Frau mehr? Nö, siehst du nicht, oder? Das ist ja kein Oberbraten, so ein Scheiß. Und für das brauche ich ein Alte. Aber sicher nicht. Sicher nicht. Und ein Schnitzel für dich fünf, ja. Was, wie? Wie viele Fristen gibt es ja nicht. Aber jetzt weiß ich eh schon, wie es geht, oder? Ach so, schön sein. Herr Horvath. Hä? So wie es ausschaut, hat er in dem Schnitzelgeschäft recht gut, da. Schnitzelgeschäft, der, der kann ich bald zutrauen, der vergisst ja die Hälfte drauf. Nein, ich muss ja noch so nebenbei, oder? Sie machen schon einen sehr routinierten Eindruck. Ja, sicher. Ich weiß, das ist ja alles nicht schwagen, bitte. Ja, den hat er zu, Beilagen, geht schon. Ja, das ist ja alles. Ja, das ist ja alles. Ja, das ist ja alles. Leibert du, das ist ja leibert, das Kuch. Weil, weil ich gerne wohnen habe. Danke dir, einen guten. Danke dir. Schnitzel, komm gleich. Na, vielleicht ist ja leibert. Muss man so ein Schnitzelplatzle vielleicht investieren, weißt du? Sieh, hallo, na, süß. Rauchen darf man doch auch nicht, gell? Oh Gott, bitte, Bruder, das ist ja wirklich, überall gibt's ja Funktion, ich weiß es nicht. Na, was heißt Schnitzelplatzle, weißt du? Leibert, hallo? Hey! Horrat, Schnitzel! Hey, hey, Schnitzel-Marmann, Horrat für Tisch fünf. Was? Zahne, was Tisch fünf? Warte, wer da frisst, der Fünfertisch, wie viele Leute hocken tut's überhaupt? So war nicht normal. Na, schau, nächstes Leibert, jetzt schau, jetzt hab ich schon heraus ein bisschen entdreht. Ist ja wirtschaftlich gesehen ein positives Zeichen. Ja, das gehört ja mir nicht gesagt, mir gehört ja die, drum hab ich ja gemeint, ich mach vielleicht ein eigenes, weißt du, aber gleich mit, vielleicht ein Puff dabei, weißt du, Leibert, Schnitzel und Puff. Haha, war aber schon der größte Kunde. Ja, wisstest du nicht, wenn man Hunger hat, möchte man ein bisschen was für's Agalau, oder? So ein paar Hunde, rumänische. Leibert. Das ist ein Gedicht. Wie von Goethe. Christy Goethe hat einmal ein Gedichtelt. Er ist ein Geschichteltrucker gewesen. Einen Guttl. Schöne dir auf Huh, ein Puff und ein Schnitzel. Da kannst du, auf der Huh kannst du rein, bestell dir das Fleischlauerl. Ja? Und du zeigst dann dein Fleischlauerl. Lass uns leibern. Ja, na boah, würd sagen wir's dir, du hab einen Appetit. Und tschüss. Glauben Sie, wär das eine realistische Geschäftsidee? Glauben Sie, ich wär eine realistische. Huch zu, ist das ein Komet in ein Glas realist. Dann sind Sie nicht gern Pudern und Fressen. Ja, alles Beste. Aber die Schnitzel-Palast. Mit Blutsch ab. Leibern. Wo ist denn der, der da abwascht? Was? Na, das gibt's ja auch nicht. Ja. Schau mal, was hat der Kollege, gell? Ja, wir haben ja. Geh lieber um, ich weiß nicht, lieber den Bunker. Oder was da? Wo ist denn der mit den Schnitzel? Jetzt. So, da steht der Schnitzel. Das ist ein Wahnsinn. Also, wie bist du? Im Frühjahrtisch, Schnitzel-Chef, gell? Ja. 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 Das hat sich der Tepper gesuffelt. Ich glaube, bis auf mich wieder. So, Erwin. Nein. Der Schnitzel. Das machen wir nicht. Nein, die Schnitzel. Komm, geh. Der Schnitzel braucht ja für Tisch fünf. Naja. Du, ja, kein Schnitzel auszubroten, oder was? Hä? Du, ja, kein Dummer. Frisst gerne Schnitzel, gell? In Afrika verhungern die Kinder und der frisst einen. Die sind ja beschönigend. Aber jetzt sind sie ja durchgehend am Schnitzel panieren. Ich weiß nicht, was der frisst. Aber wie fühlen sie sich da? Das ist ja nicht normal. Ja, Leibern. Schau, ich mach jetzt die Piste Schnitzel. Schau's da. Und dann schau's da an. Verlaufe der Fasanierung, das Fleisch, das kriegst du so nicht. Weil alle anderen immer falsch klopfen. So muss das schon. Auf und schön aus. Wie was die alte Masse ist. Siehst du das? Schau, lass dich bitte. Schau schön zusammen wieder. Schau da. Zippe rein, zippe rein. Zippe rein, zippe rein, zippe rein, zippe rein, zippe rein. Das ist auch so. Geht's gut. Wie soll ich fertig? Jawohl. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir wieder aufraschen. Sonst fällt er wieder. Zippe rein, zippe rein, zippe rein, zippe rein. Oh, wer hält, die geht so gut. Herr Postbeschill, sind Sie da öfters essen? Jeden Tag. Ich bin jeden Tag da. Du kannst fünf Schnitzel essen, zahlst nur eins. Für ihn ist das super. Ist nicht der höchste, aber gut Fleisch. Jetzt muss ich schnell weg. Das ist für den Hund. Das ist nicht für mich. Bitte. Ach, Schnell. Wo ist es denn? Ui, 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 ui. Herr Splatter, ein Schnitzel geht's euch nicht aus, ob du schüttelnackerts oder was, oder? Hast du eine fünf Kilo ins Gesicht? Schau mal her, sonst du das öfter machen. Was ist für die Kilo? Kannst nicht einmal ein Schnitzel machen? Der Eben ist heimgegangen. Kannst du nichts merken, oder was? Drei Mal hab ich zu dir gesagt, ein Schnitzel für dich. Fünf? Da bin ich ja eh ausgebrochen. Ja, auf. Die nehmen mir dann einfach nicht ernst geh ab. Da mit dem Glumper da. Nimm dir Zeit. Und komm eh der Weingarten raus. Entschuldigung. So, was hörst du noch einmal? Der ist eine Demenz, der Haverer. Den kannst du ja komplett vergessen. Schöne drauf. Komm eh schon. Ja, komm. Ja, komm eh schon. Kann ich mich da nicht rufen einmal? Du kannst gar nicht. Du kannst gar nicht mehr schlafen. Das war für die Schäden zu machen, zu brauchen. Ja, das war gut. Du hast auch den Weingarten mit dem Schneiden. Warte, die Schüssel verdient. Aber nicht zu viel abendschneiden. Alter, was ihm das alles ist, der mir schickt, dass er so einen voll dran hat. Ja, schön, dass du da bist. Die kommen nicht rufen. Der, der vergisst ja alles. Der geht ins Schüsselkampulterbüter. Was tue ich Ihnen vor? Du gehst so einer wie ich da. Ich bin mir noch Karena hier. Ich bin ein schnellm immoraler. nacional westen Siest. Ich von den Haupt痛 Himm plots. Ich bin mir so deutscheitations. Und hier im abort. Musik Haben wir da oder was? Ja. Ja. Wo soll ich da draußen raus machen? Das ist auch bei uns. Klar. Das ist auch für Junger. Von wo kommst du? Von Fohlen. Von Fohlen? Ja. Ich hab's gefragt, was wird der Traktor? Die Fohlen sind allein in der Kirche, gell? Ja. Ja. Das steht mir nicht. Wo ist denn? Okay. So vorne, fang mal. Vorne? Ja, wie bei der Wäber fangst du da vorne an. Wurde ein bisschen drüben. Jetzt lehren wir zu. Miralow. Ja, sie lehren. Und schwecken da an, gell? So, so. Und die blauen weg, gell? Die blauen tust du mir nicht rein. Weil da haben wir einen Tuch, mein Chef. Ich kenn mir schon. Ach so? Ja. Ja, das weiß ich eh. Aber das hat keiner in Spanien an einem Feld gehabt. 37.000 Hektar. Das war lehren. 70 Leute hab ich gehabt. Mhm. Schade nicht. 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 Ich schon. Ich bin Chef. Also ist Mittag. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist bei mir leberlang. Ich bin ja nicht lange bei euch. Bis deppert. Ich bin ja morgen schon wieder nicht mehr da. Wie viele Jahre? Mir tut das schon blöde Hand. Bis deppert, ja volle Entzündung. Geht's nicht. Das ist schwer. Geht's nicht. Ich muss nur den Chef sagen, dass du den Zündung vom Schneiden. Sehnen. Scheiden. Von der Sehne. Was tut den? Weh. Der Einziger schießt schon wieder seine Rehe. Geht's den Einziger, den Volltrottl? Der haut einen ganz Magazin auf eine Rehe raus. Der da soll den das noch fressen. Weißt du, schon mal fressen. Der wird's auch. Schade nicht. Schade nicht. Herr Rohr. Mir gefällt's ihnen da. Was sind mir da gefallen? Weitraben zieht wie ein Volltrottl. Wirklich? Ich bin überqualifiziert für so einen Blödsinn. Nein. Sie haben vorher gekocht. Haben Sie da Erfahrung damit? Erst fressen Sie die Weitraben. Die sind ja gespritzt. Die sind ja gelb schon im Gesicht. Geht's nicht machen. Der fährt ja drüber mit der Schädlingsbekämpfer. Was hab ich? Gehocht, Erfahrung? Haben Sie da Erfahrung damit? Ja, hab ich schon Erfahrung. Ich hab ein Lokal gehabt. Nicht so ein komischer Zitzenpinzen da von denen. Eine lebende. Gran Canaria. 85er Jahre. Ach, Sie haben ein Restaurant gehabt? Ja, ja. 85er Jahre. Gran Canaria. Ich hab ja alles gehabt. Fünf Heimlokal. Aber jetzt hab ich nur noch eine, oder? Nein. Aber ich hab ja alles gehabt. Bei Alte gehabt, Villa, Ferrari. Ja, weil's Heime hab ich dann gebackt irgendwann. Jetzt steh ich da wie ein Volltrottl. So wie gleichölend. Aber es war lebende Zeit dummes. Einer mit Operzeug schon gern zurück, gell? Mütter. Gell? Hast du ja? Du hast kein Lokal gehabt. Im Bullen hab's gar nicht lag am Luftschutzpunkt. Gell? Gell? Das ist ein Sau-Ansinn. Nein, ich hab alles gehabt. Ich. Ja, aber pflücken Sie die Weintrauben einzeln. Pflücken Sie die Weintrauben einzeln. Na, was soll ich? Soll ich denn gerade so ein Busch da auskrammen und einen? Na klar, musst ja. Da sind gesteht die Brickarten Rosinen, die musst weg. Und die schönen rein. Hier hast du. Tust du eh was? Na, schneller, schneller. Wir müssen eine Pause anmachen. Ich hab einen Durst. Ich verduscht er ja da. Es ist ein Karrelgott. Der erste versteht ein Karrelgott. Dieser Biene, dich meine in der Meier. Kennst du ihn? Ja, du bist nicht durstend gewesen. Ich bin schon neger gegangen, gell? Ein Lied hat er gehabt, der Truppel. Nein. Bitte, da tut er das. Das ist ein Leihwander Traktor. Hier ist Karrel. Kannst du dir lächeln? Hä? Der ist Leihwander. Du warst für die Hochzeit. Der Hermann hört ja. Der Hermann. Leihwander. Was ist denn das? Der vergisst mich nicht. Schau, der Chef. Der vergisst sogar, dass er einen dritten Gang hat. Der Vildrottler. Ha, ha. Leihwander. Mmh. Karrel, tu ein bisschen anziehen. Der Chef ist da. Was macht ihr da in meinem Weingarten? Was? Was seid ihr denn überhaupt? Habt ihr eine Drehgenehmigung? Der Chef, sie haben gesagt, ich soll Weilereser. Ich kann mir nicht mehr was. Entschuldigung, der Scheuer Schraubs. Was ist denn das da? Was soll ich denn sagen? Mit den fünf Frosinnen da? Sag mal, du bist ja ein Nahtepperter aus der Haverräter Kugel. Was ist denn das überhaupt? Sag mal, das war ja ich. Eben, warte da sei. Was? Und was machst du denn da? In meinem Weingarten? Du sollst Flaschen waschen. Du weißt jetzt, die Weilereser Flaschen machen. Können sie hin und aus oder was? Ich mach der Haverräter Kugel, sie wird am Blödsinn. Tarek! Such deine Leute zusammen und macht's weiter, gell? Komm, auf geht's. Ja. Hier ist Karel. Ja, vergiss, den Traktor möte mich noch. Wie heißt'n du überhaupt? Horvath. Horvath? Mhm. Vornamen? Anton. Anton Horvath. Anton Horvath? Ich bin ja 30 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie ich heute bin. Wichtig ist die Hygiene. Du willst den Sau, weil es keine Bakterien und keine Viecher drauf sind. Dann nehmen wir eine Flasche. Schrauben sie auf. Dann müssen jetzt die Zuckerreste und alles herausgespült werden mit einer ganz super italienisch-russischen Maschine. Und dann tun wir den da drauf, hier auf den Flaschenständer. So. Weiß ich eh alles halt auf. Haben Sie was bestellt? Haben Sie was bestellt? Jetzt sind wir aber wirklich nicht mehr Wurst, Chef. Ich bin ja da wegen der Flaschenwaschen. Ihr seid schon mal ein. Gut, dass ihr da seid. Schau her. Jetzt hab ich das ja schon dreimal gezeigt. Da, schau her. Ja. Wie heißt denn du? Oberwein. Genau. Sag mal, bist du mit dem Verwand in der Kugel? Was? Aber so sind die Leute. Ich sag's dir. Wenn's ums Arbeiten geht, da tun's nix. Aber so und schon. Ha, ha, ha. Ich muss jetzt auf. So, ich muss da waschen. So will da jemand kommen heute zum Vorstellen. Okay. Ah, da kameradim. Komm da. Schnitzel, Kimke. Ja. Ja, presst deinsel. Ja, presst du mit. Ja, presst du mit. Ja, presst du mit. Ja, det du mit. Das sind die ganze Kurden, gell? Da ist aber nicht Ihr Tätigkeitsbereich. Ich glaub, das sind die Flossen. Ich glaub, das sind die Flossen. Ich glaub, das sind die ganze Kurden, gell? Der macht sich da, der gefreut sich was, und er macht was auch. Das wird mir helfen, okay? Das ist ein bisschen leber, der gefreut sich. Herr Horvath, Sie begann da einen Diebstahl. Ein Diebstahl, das ist kein Diebstahl. Alles, das helft mir jetzt. Nicht nur wie ein Hermann herum. Jetzt helft es mir, der braucht uns eine Hilfe. Hilft es mir. Das ist ein Bus. Ich brauch einen Bus. Ich geh mal rein. Hilft es mir. Lass uns halt doch gerne einen Gusschen an. Du sind's nun. Für den Gesicht, da geht man's her. Komm. Herr Horvath, das können Sie ja nicht machen. Da verlieren Sie gleich wieder die nächste Arbeit. Der Horvath wird nicht geschissen. Was glaubst du, das wird ja das nächste Mal aus? Hörst du ja los, der Hörstel zum Bus. Der Fuglottl. Nicht zum Warmserplatz. Die Kisten erst bring ich noch. Warte. Warte, mit der Frechung, der wir waren. Wissen, die wir fahren. Geh zum Feuerbuschen. Komm, komm. Ah, die Lieferung ist da. Was? Die Lieferung? Bringt es dir hin? Ach so, ja, ja. Liefern. Wir wissen ja, wo wir hinfahren, und da bringen wir sie gleich rein. Wenn wir 15, kriegt er die noch. Ach so, ja. So. Danke, gell. Ja, bringen wir dann. Feuerbuschen. Wiederschauen. Wie wäre ich? Ja, wirklich. Fui zu. Kommt ja mal. Hier. 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 Willkommen bei Garson an diesen heißen Tag bei Nachrichten ÖL3. Heute sind die Themen. Neue Gemeindezentrumsort in Kreitmannsdorf für Aufregung. Prozess gegen Walloseck beginnt. Groß Aufregung in Kreitmannsdorf. Die Marktgemeinde stellt in Zusammenarbeit mit Hilflinger Immobilien die neue Gemeindezentrum-Konzept vor. Begeisterung der Bevölkerung hielt sich allerdings in Grenze. Hilflinger hingegen gibt selbstbewusst. Die neue Gemeindezentrum wird eine Bereicherung für ganze Region. So der Kommunialpolitiker in Ex. Neben familienfreundlicher Luxuswohnung soll auch neben neues Rathaus ein Restaurant mit Haube sowie ein grosser Parkplatz entstehen. Prozess beginnt gegen Walloseck Erbe. Der Finanzrat den Ex muss ab heute wegen Korruption, Geldwäsche und Amtsmissbrauch verantworten. Aufgrund erdrückender Beweislage stellt sich Staatsanwalt auf einen sehr kurzen Prozess ein. Dass Walloseck gleich bei Prozess beginnt im Richter ein Geldkoffer und ein gratis Bordellbesuch für seine Freisprechung anbot, verbessert es seine Ausgangslage nicht. Warum nicht? Naja, ich wünsche allen Personen, die heute Zuhörungen gemacht haben, einen schönen Tag und jetzt geht weiter mit Hörer-Charge. Garling, gar garling, ich tanze nur für dich, Meretzlauer. Danke an das Nachrichtenstudio. Ja, leck mich am Ocker, was war das schon wieder für eins Hörer-Charge. Wir haben geweint, wir haben gelacht, wir haben mitgesungen, aber wir haben heute noch nicht die Nachbarschaft geweckt und unseren Helden der Woche gefeiert. Wie ein Feld sitzt er auf der Nummer eins. Eddie Cranero. Der Hit des Jahres, meine Damen und Herren. Gleich in voller Länge nach der Werbung.